hallo und herzlich willkommen zurück beim amtsgämmern wegen auf kings ja wir sind jetzt noch weiter am ressourcen sammeln am bluten mal looten aber nutzt ja nichts muss man ja es wird am anfang ist am anfang hat immer zahre einstieg der zahl so dass wenn du nicht warst auf was du jetzt genau schauen muss was du da brauchst und so weiter als sind so einfach das sind jeden spiel am anfang ein bisschen türkis was mir gefällt ist der himmel das herzelt das du mal kann ich sagen aber neben der war voranzene gefunden wenn du diese hänge auch verlassen auf ihn ist die maus vor die fuß durchgepackt um schon nur jetzt das kräftigen kunst Harvesting du Ah, das kann ich jetzt schon machen. Sehr gut, dann kann ich das alte Ding Ja, ob Kann ich jetzt eigentlich irgendwie Ah, es braucht nicht Ich habe das jetzt weg da Normal So dann Für den Melee Weapon, da brauchen wir Bones noch Da brauche ich Bones Ah, der macht aber weniger Schaden, als wir das andere Ding Da wäre es so wieder aufheben Ja, da baut er wieder ab, gigantisch, da rief nichts, nein Da loot rief nichts Und da geil alles gescheit, oder? Du warst so weit, dass du den Ding noch weiter abbauen kannst, oder? Ja, ja, klar Kannst ja nicht, dass du mehr Wut kriegst, ich kriege jetzt Sieber, ne? Oben am Feld waren Zwiebelgesteine, nur zur Information da Wo? Ja, wenn wir da hinten links rauf gehen Hinten Also weg vom Strand sozusagen Ja, ich würde sagen, das machen wir auch bei Tag, ja Ja, gehen wir mal schauen, was wir in Dings finden, den Selbe Weg weg kann er jetzt ja auch nicht mehr sein Da Da Na, das war nix Naja, wenn wir uns bei dem Penis-Turm treffen Ja Ein Phallus, ja No Das müsste er, das müsste er finden Am Anfang Phallus ist schon, ja Es ist gerade dumm, es ist eigentlich erstaunt Der Wolf von dort sogar Das ist einfach ein Phallus-Symbol Das ist einfach ein Phallus-Symbol Ganz wohl, der was da so handelt Halb-Insel draußen ist, oder? Es ist am Strand Ja Ja Die werden sich noch anschauen, wenn wir ein Mierkönige sind Wie viele Steuern da nachher fließen? Hallo, ich sag Gehe den Selbe Du Er zieht ja Ja Also in Nacht ist wirklich dunkel Hm, jetzt habe ich auch Es war eine Lärbekörse da Na, du stehst da am Strand Ja, das bin ich nicht der, was am Strand steht Die Lär Ja, da steht da einer Aber ich seh die Ich tu nach Barmer-Opa Jetzt läuft der weg Ja Hallo, bist der dahinter? Ja, Jesus Wollte über Messer Ich steh ihm ab Hey, lass ihn Vielleicht lass ihn zuerst Wenn, dann musst du ihn an Ein Speer in die Brustrahmen Aber wir könnten ja ein bisschen netter spielen Nicht wahr? Oh, du bist einer mit einer Ochst Das wie? Achso Das ist von niemandem fremd Du bist nur der Kleine, oder? Ja, der Gollum Ja, der Gollum Okay Uh, du blutest jetzt mehr als er Wirst du mir nicht helfen, oder was? Jetzt schaust du aber jetzt nicht ehrlich zu, oder? Das ist jetzt nicht der Ernst, oder? Irgendwann ist einer nicht besser Der ist ziemlich los Er blutet wie Sau Der blutet wie Sau Mit F-Kons, glaub ich, chatten Mit F-Kons drehen Mit F-Kons drehen Wie lange könnt ihr jetzt bitte kämpfen? Ja, Alter, ich hab keine Energie mehr Ja, ich hab keine Energie mehr Ja, ich hab keine Energie mehr Das haben wir weg Da glaub ich Daten bin nämlich Respond und habe ich Werden Hirsch gefunden Und die Hirsch habe ich mit meiner Keule getötet Und ich bleibe ich Unendet will ich AuchKeich Halber Ich hatte das alles insightful, ganz nett, wie ich habe im Spül drin du gott mich erwischt ja ich hab ihn erwischt ich sag einfach Hello again Baby Hopping gehst du mit an ihn? gehst du mit an ihn? ja gehst du mit an ihn? ja gehst du mit V und Zettel du solltest die Hilden doch nicht hey auf, erkehrt zu uns der hat fast keine Hilfe mehr, Hildi und tu eine Bandage runter du bist geil, schaut nicht aus ach du scheiße schau mal du kannst ihm die ihm wird jetzt gerade die Hände abgeschlagen ich brauche hinten keine Bären her ich glaube jetzt kann man nicht mehr weiter ah ja du kannst wir können mal die zu uns an Dings hinzufügen ja in seiner Gilde bleib da Gollum 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 ja du brauchst erst die Bandagen du musst am rechten Mausklick Kampfs drauf machen und tut er das hier Bandagieren das 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 flirten nimmer so wie nehme ich das von der Gilde an da wir mussten Hänser fangen wir müssen nur es kommt Hänser Alter es schaut so wir haben von O und dann aufgerucht auf der Einladung akzeptieren Oh O O B Otto O 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 S O 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 quasi einen zweiten stapel mann wir wussten aus genau die bunds für besser arbeiten was ist da das ist jetzt geht's jetzt geht's wie macht es für die bonn ex zuerst zusammen ich bin nicht mehr schon neu nämlich den scheuß der hat er jetzt an sperr bett dennoch haben wir ja ziemlich cool ausgeschaut da gibt er das schätze muss es ist der ihr gemein im wald kommt und spät aber ich hätte fleisch mit fleisch ist superlager feier ja aber wenn wir rauf gehen nicht so klingel ist commit der entgegenheit wird der meint ist es da wurde er da bisher farme noch oder was wollen wir jetzt machen genau gibt es ja nichts zu fahren und das ist das große problem oder weiter fahren wenn man nicht alles ablieb sicher du bist ein stiebe vorst das ist leer da ist mehr zum verarmen ja die Sticks brauche ich nicht lasst schon bitte den oben in der Ruhr das erste Verhung wohl dankeschön da hat schon wer was gebaut da ist ein Viech, ich hole mir das jetzt ich auf die Viers, ich bin hier schon alle zwei mal auf die Viers dann bleib er stehen und lasst ihn mal weg weit fliegt denn die Alter, der fliegt die Räume weit nette Nachbarn darf mit der Keule auf das G'scheit haben, geh auf die Viers warte, ich hab mein Messer auch raus, warte ein bisschen das große Jagen mit den Scheiß ist es so schwer zu ziehen irgendwie hast du jetzt getroffen, oder? ja uh, schau mal was da gibt's warum musst du mich weiter schießen lassen, irgendwann hat den getroffen er macht den mit einmal hin gibt's denn da? Herze da, oder? essen, oder? oh oh bei der Folge, da schläft einer aber ich werde ihn leben lassen warum? töte ah, ich lasse ihn leben ich bin ja nicht so ja, gar nichts wenn du schläfst, na zack er dann nix an naja, wenn er raus ist, schläft wird er nicht allzu flogen muss er nicht jeden töten was? was sein Kollege Hänser wo ist jetzt eigentlich der Kollege Salbrechter schon dahin er lebt sich gerade in Hirsch, er hat einen Hirsch gekriegt und darf über die Holme Mep da auf, da ist jemand daheim das ist ja ein Salbrechter na da, in dem Haus, da leuchtet Licht da läuft einer um da läuft einer um, mit einer Rüstung ich hol mir jetzt ein Schaf kriegst du da was aus? na, ich hab mir Spaß aber auf den Gott ich hol mir jetzt ein Schaf da unten ist ein Huhn, oder? da läuft ein Hors da hinten ist er und eine Ratte da sind seine Schafe warum sollen wir seine Schafe sind? das ist mein Schaf das ist mein Schaf das ist mein Schaf der Schaf steht noch er hat den niemand er geht in den Augen greifen okay du klarer Barstab dieser Glocken der Roller schwerstehe Ja! Mach doch mal mich zuerst hin, bevor ich mich hinlöse. Geh auf! Lauf weg sonst! Ich weiß nicht, wie man sieht und wie viel Leben wir noch haben. Aber viel wird auch nicht mehr haben. Hey, vergib Gott ein Herz mit deinem Sperrkopf. Im Folie stückte ich im Wolf, Alter. Aber er läuft weg. Lass mal ihn weglaufen, oder? Ja, nein. Was ist da jetzt mit dir, du? Horst. Horst? Horst! Warum laufst du so mit deinem Sperr im Rücken? Das sind doch nicht die Leute. Machst du das Ding hin? Machst du das Viech hin? Nö. Anders solltest du das Tier aus anderem nehmen. Ja, aufpassen. Ich will nur verbinden. Ich will nur verbinden. Ich weiß auch, mich geschwind verbinden. Ja, ich schau hin, wo er herkommt. Weilen ist ja so... Hier ist doch schon tot oder legst du das noch? Na warte, ich muss das erst erlegen. Nein. Boah, der Hund hat der Ochs, Alter. Pass auf, ob der da nicht irgendwo guckte. Aber ich verstehe nicht, was sich das bringen soll. Ich hab nicht gedacht, dass wir drei zusammenspielen müssen. Aber das könnte ihn dann mal wieder weglaufen. Siehst du eigentlich irgendwo der Lebensanzeige? Weißt du das irgendwer? Nur mit diesem Körperanzeige rum. Rechts. Aber im Menü sieht's noch nicht. Er kann mir eigentlich irgendwie den Speer wieder aus mir rausholen. Ja, komm her. Schau' ich stehen. Nee. Na, da steckt es in dir. Na, warte doch. Ich bin rausgekalt. Na, echt jetzt. Wie ist das gekommen? Mit Co. Cooles Sache. Hol man's das Schaft um? Ja. Brauchen wir ja bissl was zum Essen. Ja, von echt bis... Nein, hol mal das Linke. Ich gehe da, weil ich überall flach fange. Ich habe überhaupt Platz mehr. Ja, ich habe da. Irgendwie jemand sollte trotzdem Achtung. Der läuft ja schon wieder. Er läuft mir noch, he. Ey, was ist mit dir? Hallo. Hallo, wir sind aus Norwegen. Was ist da los mit dir? Hallo. 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 Schwarzer Mann. Ich werde keine Headset haben. Einster Raum. Ah. Holst ihn euch, Jungs. Holst ihn euch. Schlagt den kleinen Schwarzen. Alle auf den Schwarzen. Alle aufhör auf ihm. Warum läuft er? Was ist mit dir, du Feiergarten Rucksack? Ich weiß, er wird starten. Ich bin jetzt getroffen. Mal zwei Mal. Ja. Oh, jetzt läuft man richtig noch, bis er stirbt. Er plötet. So, ja. Warum laufst du da vorn? Warum? Warum laufst du da vorn, mein Freund? Warum nur? Er muss machen wir mit Stana mehr Damage an ihm mit Dings. Jawohl. Sehr schön. Sehr schön, zwei Mal. Sehr schön. Das wird auf mich gehen. Folgt ihm. Verfolgt ihm. Tötet ihm. Tötet ihn. Den dürft ihr jetzt echt nicht mehr außer Acht lassen, weil der Typ kommt immer wieder. Seilbrechter, du musst ihm navischen. Bring ihm um. Bring den Bastard um. Pass auf eure Hilfe auf. Was liegt es sonst um Mankerl? Glaubst du, dass ich mal auf die Fies navischt, dass ich nochmal nicht laufen kann? Was? Was? War der unflutet? Ja! Ich sah. Schlag einer auf ihn noch. So, der da. Ich hab mich da sein. Ich hab mich da. Ich hab mich da. So, wieder ist noch einer. Aber das ist auch geworfen. Da ist ein Freund, der Jengg. Na, der ist ja. Der ist ja. Der ist ja. Der ist ja seine Sachen neu gekommen. Du Bastard. Ja, gehen wir jetzt weiter, oder? Ja, warte. Wir sind ja da hinten. Was ist jetzt? Wir sind ja da hinten. Ja, ich muss mich bandagieren. Na, ich bin ganz knapp nicht reingekommen. Ich muss mich bandagieren. Was ist das denn dir auch? Guck mal, wie wird das jetzt wieder aussehen. Da unten kommen wir aus. Seid ihr jetzt drinnen eingesperrt? Ich baue Iron ab. Er hat da drinnen einen Iron Cutts. Er hat einen Hinterausgang. Ich bin grad rausgegehen gekehrt. Ja. Du solltest dich nicht mit dem Schlechter anlegen. Du Horst. Ich hab's ja Waffen. Du hast ja Waffen. Ja, schau. Ja. Jetzt hat er grad eine Waffen geschmiedet. Gehen wir weg. Ne, aber echt. Lauf mal weg. Lauf mal. Jetzt muss ich mich mal verbinden zuerst. Ja. Lauf lieber noch ein bisschen. Lauf mal. Der kommt uns noch. Ich hab mir gedacht, dass er keinen von uns vorher erwischt hat. Weil er immer auf einen anderen gehen müssen hat. Ich hab's ja echt geklappt. Jetzt haben wir mehr als wirklich geklappt. Lauf mal da weiter. Das ist ja wohl. Das ist ja echt ein Idiot. Bin wir ziemlich sicher, der wird uns auch geil wieder angehen. Was schlagt denn auf mich? Achso. Ich hab's ja jetzt gegessen vielleicht etwas so geklappt. Ah, ich hab das vom Hänse. ist ja ich würde sagen das war mal die erste richtig spannende folge in dem spiel und wir melden uns dann gleich wieder beim nächsten mal sei nächsten mal